Ja, DHL war da. Ich habe ein Päckchen bekommen vom Juton Ranzratte. Dankeschön nochmal mein Freund und ich habe das nur aufgeschnitten. Ich denke, da musst du ein Video von machen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, das Päckchen kam so hier an. Raumschiff Smoker. Ja, gut. Jetzt mache ich das auf. So. Das ist ein Idiot. Was? Ja, was? Guck, nicht so doof. Ebesuch. Das ist ein Arschloch. Was ist das? Oh, ein Ranzratteaufkleber. Was? Alter, der hat hier voll erwandelt. Objektiv, nichts. Okay. Was ist das? Das ist der Ranzratteaufkleber. Den kriegt man, glaube ich, bei Swag & Shirt. Wie den Ranzratte-Merger auch. Werde ich mir aufheben. Dankeschön. So, das Päckchen auspacken hat sich gelohnt. Ich habe den Aufkleber von Ranzratte. Ja, das brauche ich nicht. Okay. Warte mal hier. Lass mal gucken. Wo ist das? Oh, guck mal da. Guck mal da. Wie schön der das eingepackt hat. Ne? Guck mal. Gut, ne? Die gute Sony. So. Gabel. Gabel ist Gabel. Okay. Der hat halt echt so Smoker sicher gemacht. Ne? So doof. Objektiv. Alter, was ist das denn? Ist das ein Dildo? Oder was ist das? Schön, ne? Ich bin mal gespannt. Ich werde, glaube ich, auf jeden Fall jetzt viele, viele Fotos machen, ne? Richtig schön. Richtig schön. Hammerhart. Da ist ja noch was drin. Objektiv, Kamera, Kabel, nichts. Akku ist in der Game. Okay. Stefan. Stefan nochmal vielen, vielen Dank, mein Freund. Dankeschön.